So, habe ich ein bisschen was gefarmt. Ja, vieles ist nicht geworden, aber ich könnte das Klavier noch aufbauen, das was wir jetzt auch machen. Und zwar würde ich das tatsächlich einfach hier hinpacken. Und dann, je nachdem, können wir hier Lieder komponieren. Und schauen, wo uns das hinbringt. So, Salat, den kann ich auf jeden Fall noch machen. Spiegeleier kann ich keine mehr machen, da fehlt mir das Geld. Okay, hier jetzt auch nichts mehr. So, okay, dann ist alles hier in Arbeit. Ich habe 10 Salate, 9 Kochtöpfe und nur 3 Bilder. Aber es ist wieder ein bisschen was, was man hergeben können, dass man schneller zu den Dings kommt. Und ich habe mir überlegt, warte mal, die kann ich jetzt ernten. Ich habe mir überlegt, vielleicht baue ich wirklich zu groß. Ich würde gern alles ein bisschen haben wollen, dass ich wirklich Reihe, also ich lasse das auf jeden Fall so, aber eine Reihe, so wie jetzt hier Succhini, hier mache ich eine andere Reihe, weißt du, was ich meine? Könnte eventuell ein bisschen besser sein. Also jetzt haben wir 9. Sehr gut. Ja, ist wahrscheinlich klüger, wenn wir das so machen. So, pass mal auf. Haben wir den Blumen? Wenn ich hier noch blaue hinpacke... Achso, ja. Ich kann 3 hin, bringt mir nichts. So, okay. Sind denn meine Tiere fertig? Noch nicht alle. Ja, dann machen wir hier erst mal das, wie es ich mir jetzt vorgestellt habe. So, vergrüßern oder so werde ich erst mal nichts, weil wenn wir jetzt dann eh ein Dings gleich mal freigeschaltet haben, ich habe halt hier noch gar nichts angepflanzt. Bäume haben wir auch neue. Das sind die Pfirsichbäume, warte mal. Ich hau hier trotzdem hin, also geht eh nur mehr einer. So. Dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich würde dann gerne mit dem Landschaftsbau auf jeden Fall arbeiten. Einfach mal, um zu schauen, wie das dann funktioniert, ob das auch mit den Umstellen dann eventuell leichter geht. Und ja, es wäre mal gar keine so schlechte Idee, wenn wir uns das mal anschauen würden. Ich brauche halt dazu 40 von den Schleifen, äh nicht 40, 20, damit ich das bauen kann. Und das Ganze kostet dann ja auch wieder Geld und wahrscheinlich auch Diamanten. Ah ja, schauen wir, schauen wir, schauen wir. Da lassen wir uns überraschen. Es wäre mal so weit freigeschaltet. Bauen müsste ich es noch. So, okay, dann mache ich hier jetzt in Salat. Warte ganz kurz. Hier kommt das Salat hin. Dank sieht eh gut aus. Dann als nächstes würde ich in Mais nehmen. Lass mal erst mal noch so arbeiten. Okay, hier ist schon wieder was voll. Okay, dann gehen wir direkt zur Stadt und verkaufen das. Hier können wir auf jeden Fall alles mal hergeben. Dann haben wir hier Blumen. Blumen haben wir nichts. Bäume, die würde ich lassen. Das Restaurant, genau. Im Restaurant können wir, siehst du, da kriegen wir zwei und da kriegen wir zwei. Jetzt haben wir 13. Aber ich würde trotz all dem den hier gerne noch auffüllen. Das ist so wichtig für uns. So, aber jetzt wird auf jeden Fall daraufhin gespart, dass wir ein Dings bekommen. Und wie ich zum Käse komme, weiß ich auch nicht. Kriege ich den nur von den Leuten, die so herumlaufen? Dann kommt hier, ich bin immer zu schnell. Ich muss mit allem anderen auch noch nachkommen, Bäume kaufen und es ist eigentlich so viel noch zu machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich alleine bin, ist es eigentlich eh gar nicht mal so blöd, wenn ich nicht so groß arbeite. Außer, es kommen wirklich so Hilfsdinger dazu. Dass ich wirklich festlegen kann, da und da wird das angepflanzt, da und da wird das angepflanzt. Und ja. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ich gehe wirklich auf die Sachen los, die lange dauern. Wir gießen durch gar nichts mehr. Das braucht alles nur zu viel vom Dank. So, dann müssen wir uns erstmal, weil es sind eigentlich eh schon viele Felder, was ich da habe. Aber dass wir wirklich erstmal nur so arbeiten. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel zu schnell levelt, aber nicht mit der Kohle hinterherkomme. Kartoffeln kommen hier jetzt die Paprika. Nach dem Paprika hauen wir die Linsen hin. Das Geld muss halt auch dementsprechend mitspielen. Das wird sich hier nicht mal mehr richtig ausgehen mit den Linsen. Das heißt, die Sachen ernte ich jetzt einfach nur. Vielleicht kriegen wir dann doch noch ein bisschen was zusammen. Sind die dann fertig, wenn ich die jetzt gieße? 4.000. Ach nein. So. 4.000. Kriege ich da die Linsen eventuell mal voll? Na, einer ist sich nicht ausgegangen. Okay. Dann machen wir hier einfach nur die Felder leer. Okay, das wäre schon wieder voll. So. Warte, dann holen wir uns jetzt noch die Blumen. Dann schauen wir mal, ob hier bereits was fertig ist. Die wären nur zum Gießen. Okay, die Tomaten. Dann schauen wir direkt, was ich nach den Linsen werde, Weizen. Mal schauen, ob ich den hinkriege noch. Ich ernte das jetzt noch ab. So. 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 Ja, die sind zwar voll, aber ist egal. Ich gehe jetzt nicht extra rein, wegen dem Bar. Dann hätten wir hier. Sehr gut. Dann als nächstes würde der Übis kommen, aber der dauert eh einen Tag. Kriege ich den eventuell hierhin noch? Nee, kriege ich nicht. Ja, das ist halt das, ne? So, dann gehen wir da rüber. Dann holen wir uns jetzt noch schnell. Vielleicht muss ich hier auch breiter werden. Sehr gut. 24.025 wieder. Die nächsten Eier. Jetzt habe ich ge... Nee. Boah, ist das fies. Vielleicht hier sogar auch ein bisschen breiter werden vom Weg. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Dann tue ich mir auch mit dem Traktor leichter. Okay, 35.000. Jawohl. Mit den Tieren geht es auch voran. Und hier müsste ich mir noch ein paar Schweine reinkaufen. Okay, Geld haben wir. Weißt du was? Dann haben wir uns hier noch Schweine dazu. So. Unsere Milch. Okay. Okay, das heißt... Ich habe hier 53. Wie viel habe ich da jetzt? 59.000 und... Okay, das passt eigentlich eh schon gut. Okay, das heißt... Ähm... Da drüben, die gelben Dinger sind zum Ernten. Ähm... Die nehmen wir mit. Sind die auch schon fertig? Nee, die sind nur zum... Dingsen. Okay. Dann ernten wir jetzt noch schnell unsere Bäume. Und ich brauche den vielen größeren Radius. Das wäre noch, noch besser. So, hier haben wir dann gleich wieder eine Quest abgeschlossen. Jawohl. 15 Stück haben wir ja schon. Das heißt, den Salat kann man gleich wieder hinpacken. Und Cubis ist zu teuer, gell? 900. So, dann ernten wir hier. Okay. Aber ich glaube, so könnte ich schon ein bisschen besser arbeiten. Aber wieso ist das so gelb? Das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Dann würde ich sagen... Ähm... Steig mal ab. Mach das jetzt so. Warte, ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, wenn wir die jetzt mal hier rüber packen. Wie weit komme ich dann? Das wäre das. Und hier müsste ich... Die rausnehmen. Okay, das heißt, ich würde hier sogar noch Rosen brauchen. Kann ich mir Rosen leisten? Dann mache ich hier die Länge voll. Oder ist das... Nee, das machen wir jetzt. Die eine war zu viel. Sehr schön. Hier müsste man noch schauen. Das ist Lachs, Lachs, Kugelfisch, Kugelfisch. Okay, warte mal. Lachs, Lachs. Die muss ich mal selber rat setzen. Lachs, damit ich hier auch mal ein bisschen ausbauen kann. Kugelfisch, Lachs. Das ist wahrscheinlich hier oben alles Lachs. Schauen wir mal. Sieht eigentlich gut aus. Sieht eigentlich gut aus. Das ist alles Lachs. Das ist Lachs. Okay, da brauche ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Wir haben 1150. Okay, Land brauche ich mir im Endeffekt erst mal noch keinen dazukaufen. Weil ich nicht mal hinten da noch weiter komme. Ich würde mir aber trotzdem gerne... Ja, ich habe hier jetzt auch schon wieder die nächsten Bäume. Eine Brücke. Ah ja, mit Wasser könnte man auch arbeiten. Aber das bringt uns nichts, ne? Es wird dadurch nichts gegossen. Gleich wie beim Regen. Aha. Die sind fertig. Paprika. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Tomaten angepflanzt habe. Aber die Karotten... Dann nehmen wir die Tomaten hier. Tomaten. So. Aber die sind noch nicht mal. Hilft der Regen jetzt doch? Oh, der braucht noch drei Minuten. Okay. Okay. Aber Tomaten habe ich noch keine. Hier nicht. Und darunter auch nicht. Okay. Obwohl... Wenn es wirklich wäre... Warte mal. Radieschen haben wir. Radieschen. Radieschen habe ich keine. Dann haue ich hier jetzt... Mit den Radieschen werde ich halt nicht so viel hinkriegen. Die Melonen hin. Und wir sind voll. Ah, das war's eh. Ich gehe mal die Sachen gleich wieder verkaufen. So. Gut, gut, gut. Hier erstmal die ganzen Eier. Fische habe ich nichts eingesammelt noch. Blumen kann man jetzt auch wieder wahr hergeben. Hey, was willst denn du? Ja, gib mir Marmelade. Aber Marmelade kann ich noch nicht... Hergeben, oder? Ah, ich brauche 20, damit ich da zwei kriege. Boah, das ist schon... Einiges, ne? Von den Bäumen her. So, ansonsten... Für ihn warmer. Da können wir noch. Ah, die sind alle so weit weg. Das Lagerhaus würde ich auch zwei nie... Ich spare auf die Landschafts-Dingsbums. So, dann gehen wir wieder nach Hause. Zurück rüber. Der Salat wäre auch schon wieder fertig. Ja, da machen wir halt nicht... Wirklich viel an. Bloß... So, und hier haben wir angefangen mit der Melone. Das wäre die jetzt. Aber ich glaube, die kriege ich hier jetzt nicht mehr... So rein, wie ich das gern haben wollen würde. Nur mehr drei. Okay, dass es gerade ist. Mach mal. Kannst du die nicht eben in einem geraden Winkel nehmen? Und hier wären dann die Tomaten. Und hier würden wir nach Hause kommen. Und hier werden die Tomaten... Wirklich, oder? Ich werde dann so weit weg. Und hier... Und hier... Dann gehen wir mal auf. Und hier... Also... Also... Und dann gehen wir ici. Ja, wir spielen wir mal. Wir machen aus. Ja, das war nur hier... Ich daran... Okay, dann hätten wir das soweit mal. Ansonst ist noch nicht wirklich was fertig. Die hier sind wieder zum Ernten. Ja, ich habe gerade wirklich viel Struggle, auf jeden Fall mit dem Geld. Oh, der Weizen wäre auch fertig. Ah, der Mais. Das müsste sich aber auf jeden Fall ausgehen. Ja, 200 plus machen wir pro neuen Felder. Ist jetzt nicht die Welt. Das Stück Land würde mir kosten 1200. Ja, kaufen wir es. Egal, egal, egal. Das sind alles Clownsfische. Die nehmen wir jetzt alle weg. Was sind denn das für... Das sind alles Äpfelbäume. Weißt du was? Mach es weg. Das sind richtige Blendagen da. Apfelbaum. Das sind normale Leekorn. Ja, weg mit euch. Zitrone. 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 Was ist das? Auch ein Zitronenbaum. Okay, das werden alles Zitronenbäume sein. Okay. Und dann nehmen wir hier noch... ...den Weg weg. Bei den Feldern würde ich tatsächlich gerne so gut es geht schauen, dass man wirklich schöne Flächen zusammenkriegen. Und eventuell werden wir hier in der Mitte das und das freimachen. Vielleicht, dass wir hier dann so Blumen reinsetzen. Oder eventuell sogar andere Sachen. So vielleicht eine Deko oder irgendwas. Wo haben wir Deko? Wie groß... Das ist... Ah, das ist alles nur so klein. Ah, da müssen wir noch schauen. Da müssen wir noch schauen. So. Ähm, Melonen. Könnte ich hier sogar noch weitersetzen. Nicht viel. Aber es wäre scheinbar voll. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Dahres... Und dann noch...